1945 war ich 15 Jahre alt und so sind wir dann langsam bis zum Hafen und zum Hafenbecken 4 und dann nahmen wir die Sachen runter, dann haben wir uns verabschiedet von meinem Vater und dann gingen wir aufs Schiff. Mein Vater hat uns natürlich noch ein paar Ratschläge mitgegeben. Man muss an der Rehling sein, damit man also schnell genug dann springen kann, wenn es wirklich brenzlig wird und dann muss man so schnell wie möglich wegschwimmen vom Schiff. Wenn das Schiff untergeht, entwickelt es einen Sog und kann einen sonst mit sich hinunterziehen. Auf diesem Gängen zwischen den Menschen war es nass. Es tropfte nämlich die ganze Zeit von der Decke, ich denke von dem Atem der vielen Menschen. Und dann später war da auch noch Erbrochenes dabei und wahrscheinlich auch Urin oder so. Ich habe mir damals versprochen, wenn ich hier lebend rauskomme, dann will ich mal für jemanden da sein, der verloren zu gehen droht. Die Opfervermeidung durch das, was im Gefängnis geschieht, das wäre meiner Meinung nach das Wichtigste und nicht die Erhöhung der Mauer, die sowieso keiner überwindet. Wichtigste. 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 Wichtigste.